Hallo und herzlich willkommen zurück in der neuen Aufnahmesession der erzwungenen Aufnahmesession und ja jetzt sind wir in der letzten Aufnahmesession und da sind unsere zwei Freunde wieder ähm ja ok ok lassen wir das einfach unkommentiert wieder andere Dinge hier in dem Spiel ok hieß ja folge dem Blut abgeschlossen ok das ist wieder verriegelt das zeigt nach unten aber in der Batterie nehmen wir mit so so und jetzt gehen wir hier runter so dann versuchen wir hier mal hoch zu kommen müssen wir hier schon durch eigentlich weil hier zeigt ja die Blutspur ein in die Dusche so Schlüsselkarte ok wir müssen da durch dann ist ja gut so alles klar alles klar ich kann Chris Walker den großen Kerl der so gerne die Köpfe von Leuten abreißt einfach nicht abschütteln ich höre ständig seine sein Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung was ist wenn nicht er das Problem ist was ist wenn er versucht es zu lösen hm also hier kommen wir wahrscheinlich eh nicht durch ja und was haben wir hier ach die Sicherheitskarte ok da müssen wir da lang und in die Duschen so ach was wird uns jetzt erwarten eine leere ja lass mal lieber mal auf entkomme durch die Duschen boah wie stark dunkel das hier in dem Spiel ist dürfen wir raus ich habe das so irgendwie das dumme Gefühl dass die da sind doch hier ist es zu Ende so hier durch hier ist aber wieder Licht da ist eine Tür offen hier ist die Blutspur hier müssten wir rein so dann hier ist keiner drin schließen wir das Teil gucken mal ob eine Batterie da ist nein nächste gleich mal sehen ok hier haben wir die Schleuse ja gut ich gucke auch noch da hin ich bin im Arsch ja ok ja moin und so schnell ist man kopflos also müssen wir das mal rausfinden also müssen wir das mal rausfinden so gucken wir mal wo wir rauskommen ok wir müssen hier lang äh ja ok 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 ja moin ok ok das heißt geht das ist eine Zelle so ok findet er uns hier ja er findet och man lass mich doch da ach man ist das doof ach man ist das doof ach Mensch so müssen wir mal schneller so bleiben wir mal hier wir sehen ihn aber er sieht uns nicht so jetzt müssen wir er wieder raus da ist er wieder hm hm wie kommen wir da bloß wieder raus beziehungsweise wo finden wir den weg weiter das alles alles und noch viel mehr erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Outlast wenn dir doch das gefallen hat und dir das ganze Let's Play gefällt dann lass doch einen Daumen nach oben da und falls du neu bist ein Abo würde mich natürlich sehr drüber freuen und wir sehen uns in einem unserer nächsten Videos bis dann und haut rein